Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciri's? Meine. Meine. Lügen ist dir nicht immer so leicht gefallen. Wenn du damit... Was ich sagen wollte, es ist lieb, dass du sie beschützt. Und es war richtig, dass du mit ihr gegangen bist. Du bist nicht sauer? Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast? Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Was machst du hier? Hm. Charmanter Ort. Warum bist du hier? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Und wer ist es? Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Deirat entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Habi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Ich habe ihn in den Boden geschubst. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe. Nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich. Beruhige dich. Wir wollen nur reden. Hm? Und mir eine Klinge in die Rippen stecken. Und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Hm. Nein. Eigentlich nicht. Schön, dass du das einsehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts. Nein. Du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Karte gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Trinkt das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Deiriat reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Wie bist du entkommen? Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriat raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht totversuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Was mit der Wache? Es heißt, dass Deiriat besser bewacht ist, als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum. Geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter. Das Rad. Die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Okay. Können wir durch die Kanalisation rein? Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Hm. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Hey, danke für deine Hilfe. Siehst du? War noch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt. Ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Okay. Interessant, was er über die Wachen gesagt hat. Könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. So eilig, mein Prinz. Na gut, dann fragen wir mal Soltan. Der hat bestimmt Bock auf so einen Scheiß hier. Soltan, der Geralt hat schon wieder einen Auftrag für dich. Wo ist er denn? Ja, da. Soltan, Geralt? Äh, ich brauche deine Hilfe. Margarita wird in Deiriat gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst und fahr ihn nach Ochsenfurt. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Ja, das stimmt. Dann gehe ich direkt zu Yen. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Das stimmt halt. Gut, bis dann. Schön mit dir zu reden, Soltan. Bis später. Das ist ehrlich, ein solider Tipp, den er da gegeben hat. Ich stelle dir mal vor, da kommt so ein Zwerg und will die Wachen abfüllen. Das funktioniert doch niemals. So, wo ist denn unsere Yen? Da. Yennefer. Oh. Geh rein. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Es ist zu feucht, es ist zu feucht. Es regnet. Natürlich ist es da feucht. Erinnerung schon wieder für ein Auer, ey. Na schön. Das muss also der Brunnen sein. Da geht's runter. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Hemmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Okay. Ich dachte, du kommst mit mir. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen. Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Super. Oh, wenn du mal ein Rundes Zeug. Jetzt ist es weg. Nee, da sind sie doch die Sachen. Okay. Oh. Das ist nicht schlecht. Na schön. Dann gucken wir uns hier unten nochmal um. Ich schätze einfach mal, dass es hier lang geht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich höre hier auch Geräusche. Er trugen können. Wir sollten ja wenigstens auch mal einmal hier linkern und sehen, ob es hier noch irgendwas gibt. Wenn es von Interesse sein könnte. Hier sind auch irgendwelche Schalter schon wieder gewesen, ne? Okay, hier ist nur wieder was zum Tauchen. Okay, seht ihr das? Hier ist schon wieder ein Hebel. Aber den kann ich nicht benutzen. Okay. Dann ist das nicht relevant. Wobei, kann ich den wirklich nicht benutzen? Weil hier steht schon wieder so eine Figur, die so aussieht, als würde sie verschoben worden werden wollen. Nein, na gut. Hier ist eine Kiste. Kohle behalten, aber den Amnett ist Staub, den nehme ich mit. So. Hier geht es nämlich lang. Gruft-Vibe. Hallo Gruft-Vibe. Ja, hier kommt doch nix. Oh, das hat mich gestunnt. Das ist erstmal direkt zurückgestunnt. So. Oh. Jetzt nehmen wir erstmal alles mit. Wir wissen nie, wofür man solchen Loot gebrauchen kann. Okay. Haben wir da hier. Fessel verschlossen. Rührt sich nicht. Hier muss irgendwo ein Hebel sein. Wahrscheinlich da. Ach, Moment. Ich weiß was. Da hinten ist der Hebel. Das könnte noch nützlich sein. Okay. Das könnte noch nützlich sein. Danke.